Tja, über den wollen wir jetzt mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söger sprechen. Guten Abend, Herr Söder. Guten Abend, grüß Gott. Wir haben erst am Donnerstag miteinander geredet. Da sagten Sie noch, dieses Suchen nach europäischen Lösungen, das ist Quatsch, das bringt ja sowieso nichts mehr. Und in zwei Wochen schon mal gar nicht. Hat sich diese Einstellung bei Ihnen jetzt plötzlich geändert? Nein, ich glaube auch nicht in der Tat, dass wir eine überzeugende europäische Lösung in zwei Wochen haben, für die wir in den letzten drei Jahren keine Ergebnisse gebracht haben. Der Grund liegt übrigens auf der Hand, weil Deutschland im Jahr 2015 mit einer einseitigen nationalen Entscheidung, seine Grenzen aufzumachen, die europäischen Partner damals allein gelassen hat. Insofern glaube ich nicht, dass etwas wirklich Substantielles passieren kann. Wenn es passiert, ist es gut. Aber bitte keine halbherzigen Lösungen, die das Problem nur wieder auf die endlos lange Bank schieben. Aber wenn Sie da eh nicht dran glauben, und das ja auch schon letzte Woche ganz deutlich gemacht haben, warum hat sich die CSU denn jetzt dann noch auf so ein zwei Wochen Spielchen in Ihren Augen eingelassen? Ja, zunächst waren wir heute klar entschieden. Wir haben zum Beispiel klar entschieden, dass geltendes Recht endlich wieder angewandt wird. Es ist ja völlig absurd, wenn man bedenkt, dass in Deutschland es bislang so war, dass keine Einreiseverweigerung dabei für jemanden, der schon mal abgelehnt war, das Land verlassen hat, ein Einreiseverbot hat. Da hat Deutschland nicht ordentlich gehandelt. Jetzt tut es es wieder mit der Entscheidung des Bundesinnenministers. Aber Augenblick, die Einreiseverbote gab es bisher ja auch schon. Die werden ja nach einer Abschiebung quasi automatisch verhängt. Und dann konnte auch in der Vergangenheit jemand an der Grenze abgewiesen werden. Es geht ja um eine verschärfte Praxis. Aber es ist nicht passiert. Frau Sompke, es ist nicht passiert. Die Realität an der deutschen Grenze. Die Wahrheit liegt immer an der Grenze. Die Realität war eine ganz andere. Da gab es keine entschlossenes Vorgehen. Wenn man keine richtigen Grenzen hat, ist das natürlich auch so eine Sache mit der Zurückweisung. Eigentlich gilt diese Wiedereinreiseverbot ja sogar für den ganzen Schengen-Raum. Und es ist nicht angewandt worden. Wir reden ja hier davon, in der Tat davon, dass deutsches Recht, das gilt, nicht angewandt wird. Und es wird ab heute wieder angewandt. Das ist schon mal der erste wichtige Schritt. Und das Zweite, was entscheidend ist, dass wir auch klar machen, wir wollen den Asyltourismus in Europa beenden. Ich bin der festen Überzeugung, Deutschland muss da auch an der Stelle Entscheidungen treffen. Die zwei Wochen, auf die kommt es jetzt im Endeffekt nicht an. Es ist vielleicht sogar ganz gut, dass wir uns in den zwei Wochen bewusst machen, was es wirklich geht. Danach muss aber endgültig entschieden werden. Und das hat Horst Seehofer heute klargestellt. Und er hat davon die volle Rückendeckung von Bayern und der CSU bekommen. Mit Asyltourismus meinen Sie jetzt aber nicht jene Flüchtenden, die zum Beispiel zu Tausenden bereits im Mittelmeer ertrunken sind. Die haben sich das ja sicherlich nicht als Urlaubsreise gedacht, oder? Es geht um diejenigen, die bereits in Europa angekommen, sogar angemeldet sind, einen Antrag gestellt haben, die eigentlich auch nach Dublin nicht weiterreisen dürften. Das sind die vielen Menschen, die eigentlich in Deutschland gar kein Aufenthaltsrecht hätten und bei dem wir jetzt endlich auch da europäisches Recht anwenden wollen. Das Absurde ist doch, eigentlich ist alles Recht da. Nur Deutschland wendet es nicht an, weder das eigene Recht noch europäisches. Und es kann doch nicht sein, dass jeder Bürger bei uns wegen kleinster Fragen vom Rechtsstaat stark belangt wird und alles umsetzen muss. Aber dass wir bei dieser zentralen Frage der Zuwanderung das nicht schaffen. Jetzt lassen Sie uns darüber reden, was denn dann in zwei Wochen nach diesen europäischen Gipfeln passiert. Wer entscheidet denn, ob das ausreicht, was Frau Merkel dann erreicht hat? Oder tritt da ein Automatismus ein? Ja, aus unserer Sicht tritt natürlich ein Automatismus ein. So wie heute die Entscheidung ist, automatisch dieses Recht wieder anzuwenden und entsprechend zu kontrollieren, haben wir heute auch genau festgelegt, wenn es keine entsprechenden Ergebnisse gibt, die auf europäischer Ebene verhandelt sind. Aber wer entscheidet das? Dann wird auch entschieden. Der Bundesinnenminister. Ob die Ergebnisse gut genug sind? Das beurteilt dann Herr Seehofer? Ja, natürlich. Er ist ja auch der zuständige Minister, der die Fachkompetenz hat und der auch die Situation an der Grenze durch die Bundesbehörden am besten beurteilen kann. Aber die Meinung der CDU, was Frau Merkel dann gegebenenfalls bei einem solchen Gipfel erreicht hat, die spielt dann keine Rolle. Das macht Herr Seehofer dann alleine zu sagen, es reicht mir nicht. Nein, es wird sicherlich darüber geredet werden und es wird bewertet werden. Aber aus unserer Sicht ist klar, es reicht dann nicht aus, eine erneut endlose Diskussion zu führen, das wieder zu vertagen. Das ist doch das gängige europäische Prinzip, viele Entscheidungen zu vertagen, zu wiederholen, auf Wiedervorlage zu machen. Und im Endeffekt wird das Land nicht sicherer dadurch. Es kommt mal die Zeit, wo man Entscheidungen treffen muss und die rückt jetzt näher. Das könnte dann auch eine Entscheidung über diese Koalition und über die Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU sein. Wenn Herr Seehofer da einfach alleine losmarschiert, dann wird das im Zweifelsfall dazu führen, dass Frau Merkel ihn entlässt. Also zum einen ist es so, dass wir immer noch in der Sache diskutieren. Ich wundere mich, dass immer wieder erneut das Ganze nur personell diskutiert wird. Heute hast Horst Seehofer kein einziges Wort, auch die CSU nicht gesagt, von Koalitionsgemeinschaft. Aber es kommt doch nicht darauf an, wer da irgendwie Recht behält in einem Streit. Es kommt darauf an, was richtig ist fürs Land. Und richtig ist es, das eigene Recht anzuwenden und dann auch zu entscheiden. Die Sicherheit der Bürger, der deutschen Bürger, ist doch das oberste Gut. Und danach muss gehandelt werden. So ganz unpersönlich ist die Sache ja nicht. Wenn ich Sie jetzt mal persönlich frage, glauben Sie, die AfD hätte weniger Wähler, wenn Merkel weg wäre? Ich will mir auf solche Spielchen nicht einlassen. Ich weiß nur, dass die AfD letztlich unter anderem entstanden ist, weil wir das Jahr 2015 so in Deutschland geregelt haben, wie es geregelt wurde. Und wenn man dann ernsthaft sagt, was ich gut finde, 2015 darf sich nicht wiederholen, dann darf das am Ende nicht nur Rhetorik sein, sondern da muss aus dieser Haltung auch eine Handlung folgen. Und deswegen ist der gesamte Plan, den Plan, den wir in Bayern machen, den Plan, den der Bund macht, ganz entscheidend. Der Rechtsstaat muss handlungsfähig sein und wir brauchen eine ernsthafte Begrenzung der Zuwanderung, eine echte Asylwende. Also nochmal, damit wir jetzt wirklich uns dann auch festlegen können, in zwei Wochen, bis dahin hat Herr Seehofer das vorbereitet, geht es los mit den Zurückweisungen an der Grenze? Ja, wenn es keine überzeugende europäische Lösung gibt, dann ist es die Konsequenz. Was Herr Seehofer allein entscheidet, wie Sie ja eben sagten, ob das überzeugend ist? Ich glaube, dass er die beste Expertise und Kompetenz hat, es zu beurteilen. Und wir werden das natürlich alle gemeinschaftlich beraten. Er wird sicherlich auch mit der Kanzlerin darüber reden. Das ist doch selbstverständlich, dass man das tut. Das ist ja nicht der Frage eines Alleingangs, aber natürlich gibt es auch Ressortverantwortung eines Ministers. Und die muss er auch ausüben und wahrnehmen. Und da hat er die volle Rückendeckung seiner Partei. Dann gibt es heute noch ein anderes Ereignis in Bayern, das für Schlagzeilen sorgt. Die Verhaftung von Audi-Chef Rupert Stadler. Wie sehr besorgt Sie das? Das ist eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft. Da kann ich dazu nichts sagen. Wir haben eine unabhängige Justiz und die wird er auch allein entscheiden. Aber was das für die Automobilindustrie eventuell in Ihrem Land Bayern bedeuten kann, das muss Ihnen doch Sorgen machen. Automobilindustrie ist nicht nur eine bayerische, sondern eine deutsche Schlüsselindustrie. Deswegen wäre es auch sinnvoll, dass wir insgesamt bei der gesamten Dieselthematik endlich von allen Seiten zu vernünftigen Ergebnissen kommen. Das heißt sowohl von der industriellen Seite, aber umgekehrt auch von der staatlichen Seite. Dieser Wettbewerb um Fahrverbote, die im Endeffekt sich eher als lächerlich erweisen, wie man in Hamburg sieht. Auch Diskussionen um Grenzwerte, die nur einzelne Organisationen nützen wollen, die, finde ich, sollten endlich auf eine sachlich vernünftige Basis gestellt werden. Schutz, ja, auch Schutz und Einhaltung von Grenzwerten. Aber bitte schön, keine Hetzjagd gegen das Automobil. Dankeschön, Herr Söder, für das Gespräch.